ok leute es geht weiter das nehmen wir jetzt mal raus dass man ein bisschen schwächer wird fischfreund hellen und während ich noch was gemacht habe habe ich noch bei zubehör mein helm verstärkt wo ist er denn den kann man jetzt auch noch verstärken aber die auf denen habe ich keinen bock weil ich habe das jetzt gemacht habe jetzt das hier eisen und kupfer und das hier zusammen gemacht und daraus kam legierungshelm super nett und das ist alles was ich euch zeigen wollte und ja jetzt töten wir wohl das monster hier ok das monster ist tot und was kann es mich an warte wie hat man jetzt hatte wir haben jetzt die attacke gemacht wie hat man jetzt die attacke gemacht diese andere attacke egal steht jetzt einfach mal aber wie hat man jetzt die attacke jetzt gemacht das muss jetzt wissen hat er gehört das ist sehr wichtig für späteren fälle und alles deswegen will ich das jetzt unbedingt lernen da pisst dich ok ok tot ok holen wir wieder das menü und kann man es anklicken egal gehen jetzt mal damit runter die 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 und nein nicht diese fett säcke verpiss dich hm wie soll man jetzt die attacke einsetzen ach so vielleicht so wartet da passt da tötet mich gleich noch und mann bin zu still die scheiß monze nervenvoll ich glaube ich habe das jetzt rausgefunden ich glaube ich habe sie jetzt rausgefunden scheiße das ist auch schon ein bisschen scheiße dass man nicht raus mit nachgucken welche man über so alles machen kann egal scheiße ich sehe jetzt schon das wird ein problem werden okay was machst du denn lass uns zum wald gehen da ach äh ey das schickt mich sofort zu dem monster was los mit dem du scheiß basti mann und wo seid ihr ihr scheiß basti teile kommt her ja ich muss mal diese attacke üben die ist wichtig hat ja gesagt wenn ich das später brauche um alles zu bekommen ich glaube mein helm hat mich gerade vor irgendwas geschützt mann maus weg die muss irgendwie weiter kommen mann was sind das vier teile also die diese dinos ok gehen wir wohl nach oben drei wege ruinen ok was gibt's denn hier schönes und ihr scheiß basti teile kommt her ach man nervt mich doch nicht hier verdammte missteile grana ebene und was sind das für teile hast du die hm wie kann ich die spezialmanöver einsetzen waldstraße kommt her wie konnte man den jetzt wieder einsetzen wenn das eine von den zuschauen weiß wie das funktioniert bitte zu den comments schreiben ich will das echt wissen ok grana ebene grana tumwald grana tumwald grana tumwald äh was aus dem denn geworden was ey ist das der könig von denen oder was ach du scheiße scan äh 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 monster das muss ich jetzt gucken was ist jetzt aus dem gewonnen so ein bastard hier achso das ist ein human das ist ja was anderes ah was ist das denn hm und besiegbarer was den kann man nicht besiegen ey du willst mich doch hier verarschen oder das legen wir jetzt mal da rein und jetzt zu den monstern wieder wie kann man den nicht besiegen das soll ein schlechter witz sein oder und was jetzt bringt es was wenn ich das mache nein ok was jetzt wenn ich frei mache nützt es auch nichts hm das wird ein problem das wird ein sehr großes problem werden kann man nach rechts ja kann man ok wenn die mit einschlag sterben kein problem ja wir müssen das kennen hier scheiß opferteile man da fickt die scheiße nochmal ey was was greifst du mich an ey das das geht einfach nicht komm her ok ok das haben wir jetzt geschafft ok hm hm charaktere wen können wir noch was geben wen können wir noch was geben ah hier ihr könnt ihr noch was geben aber ach man das ist so unfähig man soll ich sie krank machen das kann ich jetzt auch machen dass sie krank ist hm 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 man verfickte scheiße kann ich niemandem was geben oder wie hm so aha kann man denen noch was geben nein kann man nicht man warte die besten kann man bestimmt vergiften die kann man bestimmt vergiften warte wenn das jetzt funktioniert das ist geil so und so ok die ist jetzt irgendwie vergiftet glaube ich und du hier fischfreund niemals hm ok ok da hilft wohl wirklich die wirbelattacke nur die tauchen aber voll schnell wieder auf ok ok was ist das denn was ist das denn geschafft ach so er er während ich nicht aufgepasst habe hat er mich da angegriffen der bastard monster hm bestie ist das glaube ich wo ist denn der vogel und das ist auch der letzte part wie heute man ok ok so ich gebe ihm mal ein bisschen frei aber das geht weg ok und das ist aber das ende dieses partys und wir sehen uns das nächste mal tschüss tschuldigung jetzt aber tschüss tschüss